Freunde, was geht ab? Neuer Vlog von Jussi. Ich zeig euch die zwei hessischen Leute jetzt. Wenn ihr die nicht sehen wollt, dann macht ihr einfach oben zu oder skippt. Aber ich zeig dir jetzt. Uuuuh, was geht, Feinz? Alles klar bei euch? Und du sagst, ich filme schlecht? Das ist doch perfekt. Ich sag, du filmst schlecht. Ah ja? Jetzt kratzt du raus. Und, 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 und... Ok, fangen wir an. Wie geht's ihnen? Gut, und selbst? Auch gut. Ok, wir fangen an. Warum filmst du so nah? Sie sind der Emre, ne? Ja. Wie werden sie oft genannt? Fangen wir mal so an. Fisch Fisch, darf ich sie Fisch nennen? Nein Okay, ich nenn dich Emre, ist das schlimm? Okay, Herr Emre Nenn mich einfach Meister Schüler Auch gut Okay, Spaß, wir fangen an mit der Socke Von Wo gehst du hin? Achso, von Sports Was ist das für eine Marke? Sports Warte, Sports Wie viel haben die so gekostet? 2 Euro Sehr schön Weil, Freunde, zieht niemals weiße Socken an Weiße Socken werden schnell dreckig Weiße Socken sind cool Ich weiß, die sind cool, aber werden trotzdem dreckig Zieht so, nein, zieht graue Socken auch nicht an Guck nicht auf mich Oh, da Ich seh schöne Beinhaare Oh, ich seh hier ne schöne Graue Jogginghose Viele Frauen lieben dich bestimmt, weil du diese graue Jogginghose anhast Ähm Ähm Adidas, Adidas, Leute, Adidas Wie viel hat das gekostet? Keine Ahnung Ungefähr 5 Ein bisschen höher 20 20 20, Freunde 20 ist auch wenig 30 100, Leute, 100 Euro Krass 100 Euro Würde ich mir auch kaufen Sehr schönes Sehr, eine Ein sehr schöner Weiter geht's, Freunde Oh, ein Snipes Oh, die Freunde Snipes Snipes Ähm Mit so Schnur So eins länger als andere Kann man anziehen Mit Kapuze Sag mal Wie viel hat das gekostet? Das war kostenlos geschenk, ich weiß nicht Okay, kostenlos Aber Wenn man das kaufen würde, würde ich so auf 5000 Euro schätzen, ne? Ungefähr, ja Genau Ich sehe eine Brille Eine normale Brille Ähm Was für eine Schwäche haben sie? Ähm Was für eine Sehschwäche? Was gibt dich dich an? Okay Ray-Ban Fählen die, Freunde, fählen die 22 Ich muss ehrlich sagen 22 Euro 22.000 Achso, 1000 1000 Ja, Junge Ich muss ehrlich sagen Krasses Outfit heute Krass, krass Hä, du hast mein Uhr vergessen Ja Zeig mal Oh Mhm 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 Sehr lustig Das kratten wir raus Kann ich jetzt schlafen gehen? Warte Wie, äh Finden sie das Wetter? Schein Junge Wir haben Nacht Jusuf Wie soll ich das Wetter finden? Achso Auf jeden Fall Äh Diese Klamotten Äh Link in der Bio Link in der Bio Nein Egal Ja, nicht in der Bio Aber wir sagen Wenn Diese Dings euch gefallen hat Dann Schreibt Hat uns gefallen Und äh Jetzt seht ihr Wie wir weiter Vlogen Okay Mach, mach, mach Ups 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 Okay, Freunde Ich gehe Voll oft Also nicht oft Aber voll oft Vor ich da Rebe Und kauf mir Sachen Ich hab Lust auf Etwas Und das seht ihr Ich hab den Äh Amos Mrabi gefragt Ob der was will Der wollte nix Aber ich soll Für meine Mutter Noch Brötchen holen Also gehen wir Brötchen holen Äh Ich zeig euch jetzt Was ich Was ich brauche Sag Waffeln Leute Freunde Auf jeden Fall Ich hab jetzt meine Sachen geholt Ich hab mir Waffeln So dickmanns Und Grötchen Gekauft Und auf jeden Fall Ich gehe jetzt nach Hause Äh Im Rave Wenn du das Video siehst Red Bull war im Angebot 95 Cent Urgabe Auch Red Bull war im Angebot Wenn du das siehst Ha Pech Ihr wolltet nix Also ich Ich jetzt auch Nicht bekomme Aber Trotzdem Pech Jaa Emre Benim oğlum Ben geldim Görünce Şaşırba Hahaha Açana kadar Çok uğraştım Evet Nasıl yapıyosunuz? Anne Dann du weißt Der kann das reinnehmen Nein Und dein Gesicht zu machen Aber das du redest Du redest Nein Sakın Hah Şimdi kapat Warum? İyi oğlum Ne yapayım da Anne söyleyeceğimi bile Bilmiyorum Freunde was gerab Ah Kulja Der Emosh Ihr hört mich glaube ich schlecht Der Emosh Macht grad Dings Äh Guckt selber Mama Krimasse Oi Was geht ab Freunde Ich bin grad mit Äh Cousin Auf dem Weg zum Training Die Gyms haben gestern geschlossen bei uns Deswegen sind wir draußen Wei ju wei ju Wei ju wei ju Wir suchen Wir suchen jetzt eine Stange Wo wir dann Klimmzüge machen können wir haben uns einmal verlaufen Wir finden die Stange nicht Wir haben die Stange gefunden Jetzt gehts ab Wenn du es zentrieren willst, drückst du zweimal hier hin. Wenn du wechseln willst, drückst du dreimal in die Richtung. Wenn du wieder auf dich machen willst, dann wieder dreimal. So, wir haben uns jetzt aufgewärmt. Wir machen jetzt so vier bis fünf Sätze. Ey Freunde, das fuckt einfach so ab. Die Gyms haben gestern wieder geschlossen. Ganz kriminell hier. Ganz ganz kriminell. Wir müssen hier rüberkommen, sag mal. Soll ich da auch umwerten? So, du hast es genau so gemacht. Erklärung bei Bubu. Erklärung bei Bubu, wie man illegale Sachen macht. Hopp. Hopp. Stark, Junge. Guck zu, Leute. Digga, wir sehen hier gerade. Digga, 14-jährige Kinder am Rauchen. Wie alt war der? Der war sogar Lügen. Der war 12, 13. Ich bin tot. Ich kann nicht mehr. Das war mein dritter Satz. Wir haben Klimmzüge gemacht. Vier Sätze. Dann Bauchübungen, Sit-Ups. Haben wir alles nicht aufgenommen, gell? Ja, jetzt letzte Übung. Letzte Übung. Hier noch ein paar Liegeschütze. Spannend, was geht. Ich zeig euch mal kurz, was wir hier machen. Was geht ab? Ist es Felix? Für Vlog? Ich freue mich, was geht ab. Wir drehen hier ein Video des Team aus Tokio. Darf nicht gesehen werden, aber hier mal von der Seite. Wie war der Flug heute? Heute war der Flug gut. First Class natürlich wie immer. Direktflug. Hat ein bisschen lange gedauert, aber war okay. Was steht für heute an, für das heutige Video? Oh, wir drehen heute ein Minispielduell. Oh mein Gott. Wir schauen, wer der Minispielduell ist. Also Freunde, ich weiß nicht, ob der Vlog zuerst kommt oder das Video zuerst kommt. Auf jeden Fall, falls der Vlog zuerst kommt, checkt das. Nein. Falls das Video zuerst kommt, checkt einfach beides ab. Drei, zwei, eins. Freunde, was geht ab? Freunde, wir haben dieses eine Video, wir haben das nicht zu Ende gedreht, weil wir das kurz vor Iftar gedreht haben und wir haben gedacht, wir kriegen das hin, aber haben es doch nicht hinbekommen. Deswegen haben wir bei dem Video jetzt einen Cut, sind essen gegangen und danach haben wir nicht weiter gedreht. Wir werden das wahrscheinlich morgen oder so weiter drehen. Die Knechte sind gerade live auf TikTok. Ihr kennt die Pistole. Ich habe die jetzt aufgefilmt. Ich mache die zwei jetzt mal richtig nass. Ah, oh mein Gott. Oh, ich bin so gut. Oh mein Gott. Hast du gewinnt? Nein. Ey, ich habe einfach gewartet und getroffen. In Hamburg wurde gesperrt, Video wurde gesperrt. Den nächsten Tag. Wir haben schon wieder, wir haben den ganzen Tag nicht gefilmt. Warum habt ihr den ganzen Tag nicht gefilmt? Ich habe ihn aus der Tag, den Tag nicht gefilmt. Ich habe die Tag nicht gefilmt. Ich habe meinen Tag nicht gefilmt. Dann bin ich noch spontan. Das ist Kissen, wir haben es Gerdes gemacht, jetzt sind die Tag nicht gefilmt. Und schade, dass wir mit einer Anlage machen müssen. Ich mache das, es ist ein damit zu können, das ist. Ich mache das, mache mich gerne. Ich mache diese Hüse und schade. Und dann habe ich die Hüse. Ich mache das, damit ich zu als wenn, das noch nicht gefilmt. und ihre St feelings auf das ist, was ich sagen, den Tag nicht gefilmt habe. Und ich sage das, indem ich mich gerne. Die Jungs sind schon gerade live auf Twitch, also Bubu und Yusuf, ich zeig euch mal jetzt, was da so abgeht. Danke für deine Follower. Ha, Digga, Scheiße, ich hab einfach gerübst. Okay, wir fangen an. So. Wie kann ich diese Scheiße starten? Hör zu. Tschüss! Ich habe sicher alltäht. Ich habe sicher hier vier Saying Birchenamo. Bis zum nächsten Mal.